Ein wunderschöner Leute, willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal. Ja, weiter geht's. Erstmal da rein. Geht auch schon dieses verdammt große Tor auf. Okay, das sind auf jeden Fall jede Menge. Ja, die Fabrik ist am Laufen. Halt, wir hatten ja noch ein Secret, ne? Da oben hatten wir irgendwie... Na, guck mal, von dort aus. Ja, und dann... Da ist das nächste, dann ist hier das... Ja, und... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da oben ist es auch auf. Dann müsste ich doch eigentlich... Ah, ja. Okay, ne, alles cool, alles cool. Das hatten wir am Ende des letzten Parts noch. Das wollten wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Was ist denn das hier? Baron of Hell. Gut, dann... Nehmen wir das hier noch mal auf. Ja, und wo werden sie jetzt nun verarbeitet? Ah, das sind schon jede Menge. Heiliger Bim Bam. Okay, runter mit uns. Oh Gott, okay. Fallen irgendwelche Extremitäten runter. Arme, Beine, diverse Gliedmassen. Ah, okay, und da werden sie abtransportiert. Voller geht's nicht mehr, oder? Ja, krass. Das ist ne... Ganz schöne Raffinerie hier. Okay, ähm... Ich seh schon, hier müssen wir fighten. Dann soll dem so sein. Was kommt da oben an? Das ist doch... Ah, da muss ich wahrscheinlich nachher rein. Ah, komm. So, so. Protorenanzugspunkt. Wie war's da schon? Easy. Okay, das war ja gar nichts. Ähm... Dann müssen wir da hoch. Äh, warte, warte, warte. Okay. 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 Warte mal. Okay, das geht ganz schön... Ah, okay. Dann das da raus. Wieder hier durch. Ah, okay. Und dann kann man da hoch. Alles klar. Hab ich... Ach so. Okay, alles klar. Komm schon. Alles klar. Hab verstanden. Warte mal. Was ist denn... Ich dachte, ich hätte auch noch was Grünes gesehen, aber... Jetzt komm aber... Ab. So, dann möchte ich da gerne jetzt rein. Vermeke braucht die Erde und ihre Seelen. Denn ihre Welt liegt im Sterben. Die Seelen dienen als Rohstoff für die Ehren. Sie sichern ihr Überleben. Wenn du deine Welt rettest, bringst du ihre in Gefahr. Das ist mir so Latte. Da oben ist Kalibas, der blinde Richter. Er entscheidet darüber, wer bereit für die Extraktion der Seele ist. Die Inbrillen werden in den Blutzünfen entsorgt. Ja, und was geschieht da mit deren Seelen? Ach du Scheiße. Zerstöre die Augen von Kalibas. Null von vier. Moment, 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 Moment. Ähm. Kodex. Wo ist denn Kalibas? Was? Warum wird der mich hier nicht angezeigt? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Warum wird mir das... Ja, Verzeihung, aber warum wird mir der Typ nicht angezeigt? Der Richter. Ähm. Würde ich ja gerne mal wissen. Ja, tut mir leid, Leute. Wird mir hier irgendwie nicht angezeigt. Äh, vielleicht kill ich den erstmal. Mal gucken. Ach, das da? Ah, okay, ich verstehe. Wird das überhaupt so zerstört? Aua, aua, aua. Moment, irgendwas ist mir hier, finde ich hier ein bisschen Banane. Okay, alles klar. Proben wir es mal einfach mit Raketen. Okay, noch mal zwei. Alter. Na, da kommt noch einer. Das passt mir jetzt gar nicht. Gut. Alter. Ach, ja, komm. Plammt der überall auf. Ach. Jetzt ist ein falsches Timing gerade. Danke. Okay, dahinter ist noch ein bisschen was zu finden. Okay. Bam. Ich möchte trotzdem gerne wissen, wo mein Kalibus ist. Das wird mir hier nicht angezeigt. Warum nicht? Kann mir da jemand helfen? Steht wirklich nicht dabei. Äh, schwer. Äh, schwer. Äh, schwer. Äh, schwer. Äh, schwer. Ich bin nicht dabei. Also wenn da jemand weiter weiß, bitte. Dann muss ich hier schon mega blind sein. Wie bist du denn? Wie bist du denn? Ja. Ja. Du Arsch. So, kommen sie mal her. Hat Spaß gemacht. So, dann haben wir das nämlich fertig. Führe bei einem Doomhunter einen Glory Kill von links aus. Ja, ja. Ah, dankeschön. So, ähm, da hinten hätten wir die Automap. Kommen wir aber so nicht hin. Das ist lustig. Aber, ähm, was mich gerade nochmal so ein bisschen reizt, wäre, äh, Huffball. Huffball-Bomben. Ja, gut. Da brauche ich das, da brauche ich das nicht für, für verschwenden. Präzisionsbolzen. Fesselt ein, 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 zwei. Okay, das ist nice. Lande 75 Kopftreffer-Kills mit dem Präzisionsbolzen. Das kriegen wir hin. Dafür brauche ich auch nicht das andere zu verwenden. Das ist ja Schwachsinn. Und bei dem Anzug könnten wir immer noch hier, Glorikals füllen Dash auf. Ich mag sie alle am liebsten. Okay, schön. Dann haben wir das. Quake-Con-Modus-Cheat freigeschaltet. Du hast den Quake-Con-Modus-Cheat-Code freigeschaltet. Aktivieren über Missionen und lausche den Fans beim Anfeuern und Aufstöhnen, während du metzelst und schnetzelst. Das ist, das ist lustig. Okay. Ja, bitte. Dann kommt mal vorbei. Nö, da machen wir mal. Da machen wir mal. Finde ich ganz amüsant. Meisterschafts-Marke. Kriege ich denn eigentlich ein Achievement vielleicht, wenn ich mich damit selber kille? Das wäre ja lustig. Aber ich will jetzt nicht dafür irgendwie mein, meine extra Leben aufopfern. Noch einer. Ja, Geizen nicht wirklich. Okay. Aha. Okay, danke schön. Dann zeig mal, was es hier noch so gibt. Ei, ei, ei. Da wird aber ganz schön gelagert. Und es geht ganz schön tief runter. Das ist ja alles gut und schön. Was mich aber eher... Ah, guck mal. Dann komme ich wahrscheinlich Zack, zack, zack. Und da muss ich da hoch. Ich vermute mal, dass das so ist. Ich kann gerne noch mal hier gucken. Aber da komme ich ja definitiv nicht durch. Und hier ist auch nichts weiter. Ich muss wahrscheinlich echt mit dem Aufzug da hoch. Ja, das ist schon echt krass. Oh Gott. Oh. Reflexe, man. Reflexe. Okay, warte. Dafür nehmen wir den Präzisionsbolzen. Hat er es jetzt gemacht? Das ist eher geil. So, dann kommen sie mal her. Oh Gott. Ja, den gönne ich mir jetzt. Ist mir egal. Aber ich kann es natürlich auch... Ich darf es auch nicht übertreiben. Man sieht mal, was man davon hat. Das ist mega schlecht gerade. Was ich hier mache. Das gefällt mir schon mehr. Ja, ich wollte... Ich habe mich zu sehr auf den Scheiß, ähm... Präzisionsbolzen-Scheiß da verlassen. Ich kann ja einfach erst mal die fetten machen. Und die kleinen kann ich immer noch hinterher machen und dann mit den Präzisionsbolzen abschießen. Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Zählt er das jetzt nochmal? Oder wie zählt er das jetzt? 11 von 75. Ich behalte das mal im Auge. 13. Ja, den muss ich jetzt mal so machen. Also... So... ... ... Okay. Ach, come on. Ah. Stop. Stop. So. Jetzt Präzisionsbolzen, bitte. Na. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wo ist der Typ? Ne, 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 so machen wir. Den Shit machen wir gar nicht jetzt mit, Leute. So. 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 So, wo ist der Typ jetzt? Okay, ja was man nicht alles macht für den, für das scheiß Achievement da. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was ist denn da unter mir eigentlich, also was ist denn da? Ja okay, alles klar, gladiator, dankeschön, so und jetzt aber noch, boah hab ich ja Bock drauf. Erstmal kommt da noch irgendwas anderes? Naja, das war's. Aha, alles klar, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay, dann kommen wir wieder. Darüber wieder, okay, alles klar, haben wir das auch. Ich bin dumm. Ja, aber da bauen wir trotzdem was durchschlagkräftigeres. So geht das nicht. Okay. 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 So, was haben wir noch so? Da unten was, sehen wir noch was? ach genau das war das extra leben hindernes parkour i love it okay darf natürlich in der hölle nicht fehlen ist ja klar also die differenzieren schon zwischen geist und seele ach nee warte mal was denn hier war ich da nicht durch kann ich gar nicht durch ich dachte könnte vielleicht durch aber und hier unsichtbare mauer auch sehr schön ich verstehe ich habe auch was gesehen spielzeug gefunden doom hunter und noch eine meisterschaftsmarke höllentotem ja geil ach gott moment 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 ich habe hier zu tun alter warte ich habe moment moment da ist auf jeden fall ein arachnotron den brauche ich für das ähm dings da für meine haftbomben konzentriere mich erstmal auf den arachnotron das habe ich schon ja danke aua what the fuck hä wow wow nein es ist alter es war die falsche das falsche der falsche mod ich will nur die will nur einmal hier den arachnotron mit der haftbombe und dann so jetzt kommen danke so oh oh nee alter hammer fünfer freigeschalt danke das wollte ich doch hören ach da oben okay alles klar kommen wir aber so nicht hin aber gut dann haben wir das wenigstens dann kann ich ja jetzt ernst machen dann ging es mir nur okay dann äh wollen wir mal zehn eins die 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 w Maaaannnnn! Piss dich! theoretisch könnte ich die eigentlich auch wieder zurück locken und in die falle was ist denn das was ist denn das alles hier mann da komme ich so nicht hoch hier vielleicht nein ich hab's ich hab's entdeckt warte warum krieg ich da jetzt schaden ja toll und es gibt was auf da und jetzt musst du schworen also jetzt muss ich okay oh nee oh nee alter das war jetzt ne dumm hat er war das nicht das war der dumm hat er war ja was anderes der sei anders aus kodex marauder das war der marauder genau und dumm hat da war das mit dem schild ach kotzt ihr mich an mit eurem was war das denn jetzt was ist denn eigentlich wenn ich den zurücklocke in die fallen das müsste doch eigentlich funktionieren das kann er mit seinem schild nicht ablocken das können die mir nicht erzählen warte ich muss karte 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 ich muss dahin äh ne jetzt ist das meinetwegen was wollt ihr von mir ah das wollt ihr von mir okay ich verstehe ich verstehe ja lustig ja komm gut dann haben wir das auch dankeschön kann ich dann jetzt das andere holen bitte dankeschön kien you have got to eat your vegetables okay okay dann alter nein es ist zu hätte ich mir eigentlich denken müssen dieses sch- er ist schlimm also er geht mir noch mehr auf den sack als ein doom hunter er also die marauder sind für mich jetzt so die nervigste muss ich ganz ehrlich sagen ich muss den ganzen kack aber nicht noch mal machen hier oder komm schon man ja 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 geh mal her scheiße keine money was jetzt zum glück spawnen die immer wieder nach das finde ich ganz fair also die zombies bewahre ich mir erstmal auf ich glaube das ist die bessere ist logisch das ist besser geht's auch mal ohne ja danke er trifft mich halt trotzdem was ist los mit ihm so entschuldigung da kam gerade ein telefonat rein ein anruf können wir das jetzt hier endlich mal er schlägt halt so schnell ich muss zumindest sagen dass die speicherpunkte fair gesetzt sind geht mir trotzdem halt alles auf die eier mann was hat mir in der luft in der luft hat er mich noch mit seinem scheiße erwischt schweine backe ach man wie bei jaja hat das mal geschafft mann mann du kleines aber auch mal schön da nicht mal mit meinem schwert komme ich da durch mit dem schmelztiegel das ist gut aber zumindest haben wir jetzt wenigstens das hier ne fünf mal oh ja oh ja oh ja warte warte tschuldigung ich hab dich verfehlt es tut mir leid nicht desto trotz würde ich ganz gerne wissen wie man da noch runter kommt probier es mal auf der anderen seite aha mangelmodus wie auch immer gut einmal aufgeladen finde ich geil okay ich komme einmal mit ja okay alles klar wo kommst du denn her 26 von 75 okay bfg munition das war jetzt nichts gutes er nervt aber trotzdem ziemlich hart da drüben ich sehe den halt nicht ne das war es auch nicht danke so nervt mich halt ich warte erstmal ab was da kommt lass mal gucken ich sehe den tatsächlich nicht ich sehe den Was? Ihn noch in Ruhe, Mann. Oh, nee. Oh, nee. Da sind die Doomhunter. Ach, scheiße. Shit, 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 shit. Ach, nee, Alter. Ah. Scheiße, es war die falsche Seite. Habe ich da noch einen? Den darf ich jetzt nicht verkacken. Ah, komm schon. Komm her. Hat ihm noch nicht gereicht? Okay. 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 Von seiner Seite aus links oder von welcher Seite? Ach, Mann. Ja, von welcher Seite aus denn? Was ist denn mal... Warte mal, links? Wenn ich... Von links. Ich war doch auf seiner linken... Nee, ich war auf seiner rechten Seite. Aber von mir aus muss das doch links sein. Ich war doch. Oh. 1 Eee, Womsch! Moment. Na, danke. Geht doch. Okay, okay, dann können wir jetzt richtig ballern. Das war mir wichtig. Dann machen wir nämlich noch das hier fertig und dann mache ich erstmal einen Cut. Die können wir aber mitnehmen, die Hi-O-Pies hier. Wobei, den können wir aus der Entfernung ja aus. Na. Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Warte. 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 Na, das hoffe ich doch. Schade. Also bei einem Schild ist das Ding halt auch so. Oh! Oh! Oh. Oh. Ah! Oh. Oh! 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 So, jetzt würde ich aber ganz gerne mal... Mann, stirbt doch! Alter! Wie kurz ist denn seine Aufladerate? Das ist ja mega krass. Ne, jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist wirklich Feierabend. Jetzt ist N im Geländer. Du kommst jetzt weg. Piss dich. Piss dich. Oh! All right! Piss dich! Ich helice. What is... ... Das war's für heute. Mann! Okay, das war top. Jetzt wird er da noch, der... Ah, warte, warte. Okay. Ja, so kann man's machen. Ja, gefällt mir eigentlich ganz so. Fällt mir ganz gut. Zehn noch. Neun. Acht. Na. So, noch mehr bitte. Einer noch. Okay, haben wir. Ui, 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 ui. Okay, das ist mega geil. Krass. Okay, dann... Würde ich ganz gerne wissen, wo der letzte ist. Irgendwann habe ich das Gefühl, irgendwas hat sich verpackt, oder? Ja, wie viele soll ich denn noch killen? Ohne Mist, ich glaub, das ist hier irgendwie... Ah, wegen ihm hier. Wegen ihm hier. Wegen ihm hier. So. So. Liebe. Danke. Ah. So, haben wir jetzt alle. Bewegt sich hier nichts mehr. Gut. Dann können wir jetzt erstmal hier Feierabend machen. Haha. Hat ja ein bisschen gedauert. Aber egal, wir haben's geschafft. Wir konnten nun wirklich heute einige Erfolge erzielen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder was. Let's play. Doom and Tunnel. Haut rein bis zum Schau.